Synonyme Kaninchenwurz, Kaninchenwurzel, Karamanswurz, Karamanswurzel, Schwerteu, Magenbrand, Magenwurz, Nasenwurz, Ackerwurz, Würzried, Gewürz, Kalmus, Rotting, Zierwurz. Der Kalmus ist eine Pflanzenart aus der Gattung Kalmus innerhalb der Familie Kalmusgewächse. Diese Sumpfpflanze stammt ursprünglich aus Asien, sie wurde etwa im 16. Jahrhundert in Mitteleuropa eingebürgert und ist auf der gesamten Nordhalbkugel verbreitet. Beschreibung Kalmus ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 60 bis 100, seltener bis 120 Zentimetern erreicht. Sie besitzt ein fleischiges, etwa daumenstarkes, aromatisch-kampferartig riechendes Rhizom, das etwa 1,5 bis 5 Prozent ätherisches Öl enthält. Die Vermehrung erfolgt in Mitteleuropa ausschließlich vegetativ über das Wachstum der Rhizome. Der Stängel ist dreikantig und zweizeilig beblättert. Die Laubblätter sind uniformial, schwertförmig und erinnert an die der gelben Schwertlilie, jedoch sind seine Laubblätter im Gegensatz zu diesen frischgelb-grün gefärbt. Am Rand sind die Laubblätter an manchen Stellen typischerweise stark gewählt. Die Blütezeit reicht von Juni bis Juli. Es sieht so aus, als ob der Blütenstand seitlich stehen würde, dabei handelt es sich um einen vier bis langen, grünlichen bis rötlichen Kolben. Die Spada bildet die scheinbare Verlängerung des Stängels. Die zwittrigen Blüten sind unscheinbar dreizählig und pentazyklisch, bestehen also aus fünf Blütenblattkreisen. Die gelblich-grünen Blütenhüllblätter sind gleichgestaltet, sie sind kapuzenförmig und kürzer als 1 mm. Früchte reifen in Mitteleuropa nicht. Verbreitung und Standort Die Heimat des Kalmus ist das südöstliche Asien. Kalmus ist in Mittel- und Osteuropa bis Ostsibirien, in Ägypten und auch Nordamerika eingebürgert. In Europa siedelte sich der Kalmus Ende des 16. Jahrhunderts an. Kalmus zählt zu den Röhrichtpflanzen. Er besiedelt insbesondere in Marschland die Uferzonen nährstoffreicher, stehender und langsam fließender, sonnenwarmer Gewässer. Der Kalmus ist von der planaren bis zur montanen Höhenstufe anzutreffen. Systematik Die Erstveröffentlichung von Acuris calamus erfolgte 1753 durch Karl von Linne. Synonyme für Acuris calamus L sind Calamus canna persidis ciparus Acuris faus legitimus odoratus vulgaris. Von Acuris calamus gibt es je nach Autor etwa vier Varietäten. Acuris calamus VAR Calamus L Verbreitet in Eurasien, triploide Form Acuris calamus VAR Faus L, tetraploide Form Acuris calamus VAR Anko-Status-Bes Verbreitet in Südostasien, Japan und Taiwan. Acuris calamus VAR Americanus wolf ist diploid und wird meist als eigene Art Acuris americanus geführt. Inhaltsstoffe Die Blätter enthalten bis zu 20% Stärke, hinzu kommen 1,5 bis 3,5% ätherisches Öl. Unter anderem Acaron und Eugenol sowie verschiedene Gerb- und Bitterstoffe unter anderem Acurinon. Das Rhizom enthält zwischen 1,7 und 9,3% ätherische Öle. Daneben finden sich vorwiegend in den oberirdischen Pflanzenteilen Ascorbinsäure und Proantocyanidine sowie im Rhizom Cholin, Fettsäuren und weitere Kohlenhydrate. Verwendung Kalmus ist eine traditionelle Medizinpflanze der asiatischen Medizin. Auch von indigenen Völkern Nordamerikas wird Kalmus für medizinische Bäder, Räucherungen sowie für Teezubereitung und als Gewürz verwendet. Vom Kalmus wird der Wurzelstock verwendet, der im September und Oktober geerntet wird. Aus den Rhizomen wird das Kalmussöl gewonnen, das in der Heilkunde und bei der Parfüm- und Likörherstellung verwendet wird. Kalmus gilt als kräftigend und appetitanregend. Wie der echte Ingwer kandiert, wird die Wurzel auch als deutscher Ingwer gegessen. Eine Kalmus-Tinktur ist auch in dem Getränk Coca-Cola enthalten. Das Kauen der Wurzel soll stimmungsaufhellend sein und in höherer Dosis leichte Halluzinationen verursachen, wofür die enthaltenen Asarone verantwortlich gemacht werden. Der Wurzel und den Asaronen werden auch aphrodisierende Eigenschaften zugeschrieben. Asarone wirken allerdings mutagen, karzinogen sowie reproduktionsdoxisch, während die angegebenen positiven Wirkungen wissenschaftlich nicht nachgewiesen sind. Namen Sein im heutigen Deutschen verbreiteter Trivialname Kalmus mit den Varianten Kalmes und Kalmsa ist seit Spätmittelhochdeutscher Zeit belegt als Kalmus und geht über Lateinisch Kalamus auf Griechisch Kappa Alpha Lambda Alpha My Omikron Sigma Halm. Ro zurück. Denselben Ursprung haben verschiedene Bezeichnungen für schilfartige Gräser in den slawischen Sprachen wie Russisch Simse. Ebenfalls davon abgeleitet ist das Wort Karamell. Rechtslage Kalmusarten unterliegen in Deutschland nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Im Juli 2014 urteilte der EUGH, dass nicht als Betäubungsmittel eingestufte, zum Berauschen verwendete Stoffe und Zubereitungen nicht als Arzneimittel anzusehen seien. Das Herstellen und Inverkehrbringen von berauschenden Zubereitungen könne daher nicht nach dem Arzneimittelgesetz verboten werden. Siehe auch Kalmäuser Ja. Das Herstellen und Inverkehr